Josef Bogenmüller, so heißt der neue Azubi von Firmenchef Rupert Kalchschmidt. Dreieinhalb Jahre lang wird sein 16-jähriger Neffe hier in Waltenhofen zum Spengler, also zum Klempner, ausgebildet. Auch in diesem Berufszweig haben computergesteuerte Maschinen Einzug gehalten. Und so müssen Josef und sein Ausbilder nur das Programm auswählen und dann das Blech einlegen, damit es gefalzt wird. Der 16-Jährige hat einen der 1113 Ausbildungsverträge bekommen, die bis zum 31. August bei der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen für den Bereich Handwerk eingegangen sind. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen klaren Favoriten. Die Automechatroniker zum Beispiel sind immer am ersten Platz, aber auch hier sehen wir schon den Trend, dass wir nicht alle Stellen mehr besetzen können, dass wir die qualifizierten Leute, Lehrlinge suchen und dann natürlich, ganz schlimm wird es dann in den Berufen, die schon von jeher nicht so gefragt waren, die bekommen heute schon fast keinen mehr. Am ersten Tag seiner Ausbildung bekommt Josef erst einmal die Grundlagen vermittelt. Rupert Kalchschmidt zeigt seinem Lehrling die verschiedenen Bleche und erklärt ihm, wofür sie verwendet werden. Ein Klempner stellt Bauteile aus Blech, zum Beispiel für Hausdächer und Fassaden, aber auch für Lüftungen her. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen, wo man auch Duster schafft und so, weil mir das eigentlich schon gefällt. Dann habe ich beim Zimmer auch noch eine Praktik gemacht und dann auch beim Spengler, aber das hat mir eigentlich schon besser gefallen, weil es ist einfach Hand wirklich, wirklich macht Spaß und ist ja abwechslungsreich, sage ich mal, weil man so viele verschiedene Sachen auch machen kann. Und so zeigt Rupert Kalchschmidt-Josef auch, wie er per Hand Bleche bearbeiten kann. Denn auch wenn computergesteuerte Maschinen die Arbeit erleichtern, schadet es nicht, wenn Josef sich da auskennt. Es ist schließlich ein Handwerksberuf. Dass die Zahl der Bewerber zurückgeht, hat auch Rupert Kalchschmidt schon festgestellt. Man muss auch wissen, wenn man so einen Beruf lernt, dass man einfach draußen sein muss, dass man mal nass wird, dass es im Sommer heiß ist. Und viele suchen natürlich vielleicht was Schöneres oder was, wo so gleichmäßigere Arbeitsbedingungen haben. Das ist einfach halt im Handwerk, dass man, oder gerade auf dem Bau, dass man einfach mit verschiedenen Arbeitsbedingungen kämpfen muss. Oder kämpfen muss, wo man auseinandersetzen muss. Und das ist für viele vielleicht ein Grund, dass sie sich entscheiden für einen anderen Beruf, wenn sie die Möglichkeit haben. Gleichzeitig macht sich langsam aber sicher auch der demografische Wandel bemerkbar, sodass die Zahl der jungen Bewerber zurückgeht. Und nicht nur das. Viele Jugendliche wählen eher ein Studium als eine Ausbildung. Das ist ein Problem für uns. Zumal ja nach außen immer getragen wird, und das geht schon sehr früh los, das geht schon in der vierten Schulklasse los, dass man unbedingt meint, man muss ins Gymnasium, unbedingt meint, man muss dann studieren. Wobei heute ja der Weg im Handwerk nach oben jederzeit offen ist. Also es gibt nirgends mehr irgendwo einen Stopp, wo man sagen kann, man kommt nicht mehr weiter. Und genau das auch den Eltern zu vermitteln und auch den Jugendlichen ist unsere oberste Priorität, dass wir ihnen zeigen können, dass der Aufstieg im Handwerk eigentlich relativ schnell geht gegenüber anderen Geschichten und sie verdienen schon Geld dabei. Und so gehört die Mittelschule für Josef endlich der Vergangenheit an. Denn der 16-Jährige konnte es nach seinem qualifizierenden Abschluss kaum erwarten zu arbeiten. Bereits am ersten Tag hat Josef gezeigt, dass er seine Ausbildung ernst nimmt.